Listen von VPN-Anbietern mit IP-Ranges bekommen und whatever. Also es ist alles ein bisschen verrückt. Na gut, dann picken wir mal was Hübsches und zwar ich hatte ja meine Liebe für Windows wiedergefunden und zwar nur also weil es gibt ja doch ganz interessante Hardware dann zu kaufen ab und an, die es einfach bei Apple auch nicht gibt und zum anderen holt offensichtlich Skype, was für eine glasklare Videoverbindung jetzt sorgt, in beide Richtungen übrigens auch. Was halt auf Mac nicht geht, weil Treiber Blödsinn und man weiß nicht genau und Skype zieht noch mehr Energie und bringt die Mac Minis zum Lüften und habe ich mir gedacht ich mache was total Abgefahrenes, ich baue mal einen neuen PC, weil Oh Gott. Habe ich halt lang nicht mehr gemacht also das Letzte und eigentlich die meisten Selbstbaupc's, die ich jemals gebaut habe, habe ich mit dem Ziel gemacht, der Nächste muss aber leiser sein als der vorher. Hat dann selten geklappt, weil dann habe ich mir gedacht, ach so ein Bärboden-Gehäuse, das wäre ja, das ist ja dann irgendwie kompakter und das war dann noch lauter. Und das war alles immer irgendwie schrecklich. Aber inzwischen gibt es ja da ganz hübsche Sachen und zwar, wenn man vor allem wenn man solche nicht genau weiß, was gibt es eigentlich, auch für Fernseher empfehle ich das den Leuten immer ganz gerne, wenn ich nicht weiß, welche Modelle stehen überhaupt zur Auswahl und ich möchte jetzt nicht nur gucken, was gibt es bei Amazon, dann suche ich meistens auf der Suche von Guide Siles, die hat nämlich, die sieht furchtbar aus, aber die hat ganz okaye Metadaten zu sehr vielen Produkten und sehr sinnvolle Filtermöglichkeiten und ich weiß nicht, wieso die Daten bei denen so gut sind, ob die ein eigenes Format dafür haben oder was auch immer, aber du kannst halt da zum Beispiel suchen nach Motherboard mit CPU von Intel, lüfterlos mit einem PCI-Slot und HDMI-Ausgang und dann bleiben halt drei Stück übrig, weil davon gibt es einfach nicht so viele, aber du kannst halt da recht gut so eine, auch bei Fernsehern, ich möchte oder auch bei Public Displays, was noch besser ist, wo du dann eben keinen Fernseher-Tuner-Schmarrn und so dazu bekommst, dann sagst du halt, ich möchte einen Fernseher von 45 Zoll bis 70 Zoll, ich will drei HDMI und irgendwie mit Wandhalterung und Blödsinn und nicht mehr als 1000 Euro und dann bleiben halt zwei übrig und dann hast du kannst du schauen, wo es das billiger gibt und dann halt kaufen. Deswegen bin ich damit gelandet bei einem bei einem Motherboard von ASRock und was da drin ist, ist eine CPU von Intel, die gibt es auch schon ein ganzes Jahr, die heißt N3700 und läuft wieder unter Pentium, seit wann gibt es denn wieder Pentium? Habe ich auch nicht gewusst, dass die noch die Marke verwenden, aber tun sie. Und ist ganz lustig, weil dieses Board besteht tatsächlich im Wesentlichen aus diesem Chip von Intel, da ist alles drin, so System on a Chip, mit einem Pentium und allem anderen von Intel drin unter einem passiven Lüfter mit Kühlrippen drauf ohne Lüfter. Ansonsten hast du hier zweimal SATA, hast du einmal 1x PCIe, einmal 16 PCIe, einmal nochmal 1 PCIe, hast VGR, DVI, HDMI, USB 3, USB 2, Ethernet und 7x Audio und noch ein paar andere Kleinigkeiten, kannst du SIMs reinstecken, hast einen ATX-Power-Anschluss und das kostet halt 100 Euro. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Das hat jetzt nicht die Mords-Power, hat aber vier Kerne, also hat viermal nicht so viel Power. Ja, viermal nicht so viel Power und kann man aber ganz gut für sowas verwenden. Ich habe jetzt, ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass der mit Skype Full-HD so ein Problem hat und das hat er auch, oder? Du kriegst nur halbe Auflösung geschickt. Ja, aber also jetzt in meinem Fall ist es egal, weil ich das Fenster eh sehr klein habe, aber ich glaube, das ist der limitierende Faktor im Moment, ja. Ja, also das funktioniert aber grundsätzlich und ich habe halt jetzt das Ganze in ein, so eine Höhen-Einheit- Rack-Gehäuse reingeschraubt, habe ich mir eins von Supermikro geholt, das ist so mehr oder weniger ein Stück Blech. Yeah. Aber 19 Zoll breit, das hat soweit ganz gut funktioniert und dann habe ich mir noch besorgt hier so eine Pico-PSU, das ist ein, das ist das Kleine hier unten, das ist so ein Netzteil, was einfach nur so groß ist wie der RTX-Power-Stecker und da kommt halt nochmal Strom für eine SATA-Platte, Pata-Platte rein und er kommt raus und du steckst halt rein einfach irgendein 12-Volt-Netzteil, was du noch hast. Du hast ja auch mal mit rumgespielt, oder? Ja, genau, also ich hatte, ich habe ja früher mal so Computer für Autos gebaut, wie dieser Laden, wo man die Pico-PSU auch kaufen kann und die kamen damals ganz neu raus, voll der heiße Scheiß und das Ding funktioniert einfach auch fantastisch. Vor allem für den, für die, für die Größenordnung, die du da hast. Also klar, du steckst vorne keine 220 Volt rein, sondern du musst halt dich schon darum kümmern, dass da 12 Volt reinkommen, aber der kümmert sich halt um die ganze Konvertierung auf 5 Volt, die du ja auch nochmal brauchst und dass du stetigen Strom bekommst, also dass es halt da keine großen Schwankungen gibt und so und du brauchst halt nicht mehr, nicht mehr Platz als der riesen ATX-Stecker, der ja immer noch im Vergleich absurd ist, wenn du da siehst, wie viel kleiner das ganze Zeug geworden ist, aber dieser ATX-Stecker halt immer noch dieser riesen Brocken ist, aber mehr Platz brauchst du halt mehr oder weniger auch nicht. So, dann hat ein Hörer hat dankenswerterweise noch eine SSD und Speicher gespendet, leider den falschen Speicher, da habe ich nicht aufgepasst, aber das kostet ja tatsächlich, zwei Gig kosten noch 10 Euro. Krass. Ja, auch irgendwie Same Day Amazon, voll gut, kein Problem. Ah. Dann kommen da Sachen an und also irgendwie insgesamt 160 oder sowas habe ich gezahlt für das Ding, also echt sehr übersichtlich. Jetzt darf diese CPU darf laut Datenblatt 90 Grad warm werden und jetzt schauen wir mal, was der nach drei Stunden Dauerskype hier anzeigt. Der ist jetzt auf 73 Grad aufgeheizt worden und läuft hier bei der hohen Frequenz von 2,4 Gigahertz und aber auch voll auf Anschlag. Also das ist jetzt die maximale Leistung, die Skype hier rausholt. Aber sieht gut aus und ich konnte halt auch so eine Riser-Karte, so eine 90 Grad PCI-Riser-Karte in das in den PCI-Slot stecken und da die alte Blackmagic-Karte reinstecken. Das heißt, ich habe jetzt hier HDMI rein und HDMI raus und kann das halt hier für Alex Skype verwenden und das lief ja heute soweit ganz gut. Wir wissen alle, das heißt nix bei Skype, das heißt nix bei Windows und so weiter, aber das ist jetzt schon mal relativ gut gelaufen. haben. Vielen Dank.